Servus, da vielleicht viele noch nicht wissen, wie man jetzt die Gutschei-Codes einlöst und mich schon einige gefragt haben, weil vorher war es immer in dem Reiter hier mit drin. Diesmal funktioniert das aber nicht mehr so seit dem letzten Patch. Deswegen kann ich euch nur raten, ich packe euch den Link in die Videobeschreibung mit rein. Wenn ihr einen zweiten Server habt oder den dritten Server, textet ihn an und kopiert euch den Link damit rein, weil ihr werdet den sicherlich des öfteren brauchen. So, nun haben wir den Link, dann gehen wir in unseren Browser. So, jetzt hat sich das aufgebaut. Jetzt brauchen wir die UID. Die finden wir bei uns hier oben im Profil. Bei mir steht hier oben ID, also über der Sprache Deutsch steht hier ID und die 21115735. Die geben wir da jetzt ein. und drücken auf Sende-Code. So, jetzt haben wir den Code abgesendet. Jetzt gehen wir wieder ins Spiel, haben diesen Verifizierungscode bei uns drin. Den merken wir uns jetzt mal. 121826. Geben den hier unten ein. 121, Nein, das wollte ich nicht. 826. So, jetzt können wir uns einloggen. Dann sehen wir hier die ganzen Server, die wir haben. Können wir uns aussuchen. Jetzt tragen wir den Gift-Code ein. Den holen wir uns wieder von hier. Fügen den ein. Drücken Redeem. Jetzt wird er automatisch an euer Postfach gesendet. Und im Game habt ihr den. Das zeige ich euch gleich. Und jetzt braucht ihr hier nur Server wechseln und das gleiche wieder drücken. Fertig. Wenn ihr das alles getan habt, könnt ihr auf Ausloggen drücken. Den Reiter sozusagen schließen. Und jetzt habt ihr ingame eine Nachricht auf jedem Server, auf dem ihr das gemacht habt. Habt jetzt eine Nachricht mit dem. Mit der Belohnung. Früher war es halt hier oben. Gutscheincode blub. Kopiert. Eingegeben. Und man hat es dann im Postfach. Beziehungsweise man hat es gleich bekommen. Jetzt kriegt man es halt ins Postfach. So, ich denke, dann habe ich das relativ zügig erklärt. Und ja, dann wir hören uns. Und jetzt passiert uns. Vielen Dank.